Hallo, heute gibt es ein Quick-Tipp zu Bitcoin Swiss. Hallo und herzlich willkommen in meiner Bitcoin Lounge. Heute gibt es ein Quick-Tipp zur Bitcoin Swiss AG und zwar zeige ich euch relativ kurz, wie man einen Ref-Link erstellt. Dazu gehen wir auf retail.bitcoinswiss.ch, auf der nun geöffneten Internetseite scrollen wir ganz nach unten, geben hier unseren Account-Code ein, klicken auf Link erstellen und haben hier den entsprechenden Link. Für ein Weiter-Teilen des Linkes ist vor allem dieser Bereich wichtig. Das war es auch schon. Ich hoffe, dieser Quick-Tipp hat euch gefallen und ich würde mich sehr über Rückmeldungen mit einem Like oder einem Dislike oder Kommentare freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Cheerio! Wir sehen uns nächsten Sonntag.